Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei GateToTheGames und wir haben wieder 5 Drachenleuchten-Booster für euch von der brandneuen XY-Pokémon-Serie. Wir haben hier bereits ein Display aufgemacht und 5 Booster und ich bin ja immer noch auf der Suche nach meinem Mega Latios EX und ob ich das hier drin finde, ich weiß es nicht, wir werden einfach mal nachschauen und ich hoffe natürlich, dass ich das finde und ich sage jetzt auch gar nicht mehr so viel zu den ganzen Karten, weil wir das ja bei dem Display und bei den anderen Boosters schon gemacht haben. Deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen schneller durch. Ich habe schon Glitzern sehen, Schuppert, Habitag, Wingull, ob das jetzt meine Karte ist, ich weiß es nicht. Skorglar, Shaloko, Troy, Galagladis, Geistesbund und da haben wir... Ich raste aus. Ich habe es gerade noch gesagt, ich will einen Mega Latios EX haben und ich ziehe im ersten Booster einen Mega Latios EX. Kann man so viel Schwein haben? Ich weiß es nicht. Richtig geil. Also ich probiere es einfach nochmal. Ich möchte gerne ein... Was möchte ich denn? Jetzt möchte ich nochmal ein normales Latios EX haben. Aber wenn das jetzt klappt, muss ich Lotto spielen. Ich fasse es nicht. Mann, 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 Rassladero, Panikon, Mauzi, Nato, Pikachu, Raikorz als Geistesbund, nochmal als Reverse Holo, da Tignis, Latios Geistesbund, Kokowai, Rockhara. Na gut, man kann ja nicht immer so viel Glück haben. Aber das ist natürlich richtig geil. Ich möchte einen M-Latios EX haben und ich ziehe einen M-Latios EX im ersten Booster. Sehr cool. Sehr cool, sehr lustig. Mega geil. Oh, jetzt habe ich gar nicht die ganzen Namen vorgelesen. Jetzt bin ich hier schon total abgelenkt. Altaria, Raikorz als Geistesbund und Schwalbos nochmal als Holo-Karte. Jetzt haben wir noch zwei Booster und ich bin natürlich gespannt, was uns da erwartet. Ob wir jetzt nochmal so eine geile Karte ziehen. Ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben Owei, Nato, Dateri, Waumpel, Schwalbini, Tausch als Holo-Karte, Tropius, nochmal Tausch normal, Skorgo und Banette als Sternkarte, Rare-Karte in dieser Semi. Vollart-Variante und weiter geht's mit Minkada, Skorgla, Voltoball, Iskala, Pitora, Kalagladis Geistesbund, Großlinse, Togetic, Ibitak und Fasersnob als Sternkarte. So, fünf Booster und wir haben eine Holo-Karte, Schwalbos und Mega-Latius-EX. Das ist natürlich wirklich mega krass. Endlich habe ich sie gezogen und einfach nur geil. Schaldexperte, richtig cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, so wie es mir gerade gefallen hat, diese Karte zu ziehen. Und wenn ihr gerne mehr Videos noch sehen wollt, schreibt das in die Kommentare. Ansonsten, vielen Dank fürs Anschauen. Könnt ihr ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Und dann war's das soweit von uns. Bis zum nächsten Mal.